Der nächste UP-Nachrichten-Webcast findet am 7. Oktober, das ist ein Mittwoch um 18 Uhr, statt. Und dann diskutieren wir mal ein bisschen über die Verschiebung der bundeseinheitlichen Höchstpreise. Wir fragen uns, warum gibt es noch keine neuen Preise? Wir fragen uns, was bringt das Schiedsverfahren? Und wir diskutieren kurz über die korrekte Kalkulation von GKV-Rundebran. Und wir können auch noch über das zahnärztliche Heilmittelformular diskutieren. Und wir können gucken, was die Podologen schon haben verlauten lassen über den gerade abgeschlossenen bundeseinheitlichen Rahmenvertrag. Insofern gibt es viele spannende Themen, die wir dann am 7. Oktober machen. Melden Sie sich gleich auf up-aktuell.de an und dann sehen wir uns am 7. um 18 Uhr. Bis dann!